Drei Finalteilnehmer-Duos bei den Merkaden Fashion Royals stehen schon fest. Diese Woche suchen wir das vierte. Unser erstes Pärchen stellt nicht nur sich, sondern auch gleich das Motto dieser Ausgabe vor. Hallo, mein Name ist Manuel, ich bin 30. Francesca auch 30. Wir kommen aus Böbling und wir sind heute zu Gast in den Merkaden bei den Fashion Royals. Und unser Thema lautet... Sommer, Sonne, Sonnenbrille, sei dahin Gucker in den Merkaden. Und ich würde sagen, wir machen uns direkt auf den Weg. Bis zum nächsten Mal. So sieht das Ergebnis von Manuel und Francesca nach drei Stunden Zeit und dem Investieren von 600 Euro aus. Ja, also wir haben jetzt drei Stunden lang eingekauft. Sind auf jeden Fall zufrieden mit dem Thema und auch mit dem, was wir gefunden haben. Ja, war eigentlich relativ stressfrei, oder? Ja, außer manchmal war ich unentschlossen, aber am Ende hat doch alles gepasst. Ja, auf jeden Fall. Also wir sind zufrieden, happy und danke auch an das Merkaden-Team und so weiter. Das ist auf jeden Fall cool für uns, mit 600 Euro einkaufen zu gehen. Und ja... Wir würden uns freuen, wenn wir gewinnen. Hier sehen wir schon unseren nächsten Kandidaten in Aktion. Erzählt mal ihr beiden, wer seid ihr denn? Ich bin der Alex, 28 Jahre alt, willkommen aus Fellbach. Ich bin die Katrin, bin auch 28 Jahre alt, arbeite in Böblingen, bin darauf aufmerksam geworden, auf der Hinfahrt zur Arbeit mit der S-Bahn. Habe ich das Plakat gesehen und da würde ich gerne shoppen, habe ich einfach mal gedacht, ich melde uns mal an. Ja, und freuen uns auf das Motto, haben ein super Motto, freuen uns auf den Shopping-Tag. Ja, dann los geht's. Das haben Katrin und Alex aus ihrem Budget gemacht. Ja, endlich sind wir fertig. 15 bis 20 Stunden waren wir schneller. Hätte ich jetzt echt nicht genauer gedacht, dass wir so schnell fertig werden. War unglaublich eine geile Zeit. 2 Stunden, 3 Viertel. Hat super viel Spaß gemacht, haben tolle Outfits. Vielen Dank für den tollen Tag, für die tollen Stunden. Ja, und ja, dann wurde es für uns. Wurde es für uns, genau. Fehlt nur noch das dritte Paar. Vorhang auf für Pia und Thomas. So, hallo, ich bin Pia, bin 29 Jahre alt und komme aus Steinheim. Ja, hallo, ich bin Thomas, ich bin 36 und komme aus Leonberg. Und ich habe den Radiospot im Auto gehört, bin darauf aufmerksam geworden, habe mich einfach mal blind geworben, ohne seine Zustimmung. Er wusste quasi überhaupt gar nichts davon. Die Zusage kam kurze Zeit später, pünktlich an seinem Geburtstag. Und dann konnte ich ihn natürlich damit nochmal mit einem kleinen extra Geschenk überraschen. Ja, unser Motto heute ist Sommersonne-Sonnenbrille. Seid der Hingucker in den Markaden, passend zur Jahreszeit. Leider nicht zum Wetter, aber ich denke, es ist ein gutes Thema. Und wir haben sicher drei lustige Stunden jetzt bei uns. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Das Resultat des Shoppingtrips durch die Mercaden von Pia und Thomas sieht so aus. So, wir sind es wieder. Drei Stunden sind rum. Die haben wir auch ziemlich genau gebraucht, aber hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben jetzt wahrscheinlich so ziemlich jeden Laden hier von innen gesehen, in diesem Einkaufszentrum. Mit unseren Outfits bin ich sehr zufrieden. Das sind auch Dinge, die man für mich sprechen, die ich auch jederzeit so draußen auf der Straße anzündel, wenn es nicht gerade wie jetzt regnet. Und das Motto war wirklich, mir hat es sehr gut gefallen. Ich fand es super. Ja, das Motto hat perfekt gepasst. Man hat nicht direkt alles gefunden, aber es war dann so langsam peu à peu. Und dadurch, dass wir halt jeden Laden eigentlich ein bis dreimal besucht haben, haben wir dann auch alles zusammengefunden, was wir brauchten. Schwere Entscheidung diese Woche, oder? Ihr könnt mithelfen, eure Favoriten auf Platz 1 zu befördern. Geht dazu einfach auf www.krzbb.de slash fashionroyals und gebt eure Stimme ab.